ok jetzt will man nur auf dich behalten naja ich hab doch schon Bananaphone aber jetzt schnaust du halt wieder ne naja eh gleich erstmal wieder ein Video kommt ja bei mir ist aber noch der Ladevorgang ja bei mir auch noch und das schneiden wir aber wieder nicht raus ne warum auch Ring 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 Bananaphone und diesmal alles alleine nö immer noch mit Flasch das soll ich dir mal vorstellen das ist mir doch schon egal pst Scheiße Nick das war der Pilot richtig aber als Zombie war er dann nicht mehr so der Mega Pilot oder? Hä? 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 Haben wir jetzt irgendwas verpasst? Ach der Pilot wir waren noch letztes Mal erinnerst du dich noch? Ja das weiß ich ja noch aber wieso sieht man das denn nicht? Weiß ich nicht Gier 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 Haben wir noch irgendwo ne zweite Pistel Ohhhh Weißt du was? Was? Steuerung Deine Steuerung Ja Aber warum ändert sich deine immer? Weiß nicht warum er nicht speichert Und du bist der Einzelste dem noch ein Medipack fehlt Ja Hm Warte nicht warum er das jedes Mal aus ne Ach vielleicht übernimmt er nicht weil ich die ähm Schreibobeschützt Ja genau das kann daran liegen Ist ja egal Warte mal Genau zentrale Steuerung immer zum Ne mach ich auch immer das ist voll geil Mein gott ist das laut kühlen aber eben So Jetzt geht das zombie geschnetzte wieder los Da schon wieder richtig bock drauf gehabt Und willkommen habe ich eben schon gesagt also Ja Bock drauf gehabt Ja Gas Oh da liegt was Paddel Hä? Autsch Warum du wenn ich mal angeschossen? Weiß ich nicht Lade nach Aha Au jetzt hört man Alter Die gehen voll ab hier Ja Hier mach Flieg Flieg und Sieg Shotgun Flieg meine Zombies Das ist einfach nur Warum macht das so einen Spaß Zombies abzuknallen Weiß ich nicht Ich hab keine Ahnung Es ist wieder der Hammer So Ich glaube Irgendwo jemand Boah ich hätte jetzt bock auf ein Eis Aber das gibt es leider nicht Aber das gibt es leider nicht Aha Wo kommt der her Wir kommen doch weg Also muss es hier doch irgendwo weiter Ne Da wollte ich nämlich gerade anspringen Wie immer Ne hier ist nur ein Zaun Ey Frechheit Was denn Wir müssen hier weiter links oder hier Hör mal Oh Smoker Nein Du weißt wo die her kommen Hier alle hier hinten Hä Wo geht es denn hier weiter Na da geht es nirgendswo weiter Oder doch Ich kann hier jetzt ein paar Zombies anschießen Aber irgendwie mehr auch nicht gerade Cool Oder geht es da weiter bei dir Ach guck mal hier Sind wir blind Ich weiß wo das weiter geht Ich frag mich auch wieso du da lang wolltest Wir wollen noch Zombies waren Was schon Ring 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 Bananaphon Oh Äh Abruf zu Bananaphon Hast du dein Handy ausgeschaltet? Na hab ich nicht So wieder klar Äh Muss ich mal ganz schnell machen Hast du ausgeschaltet? Ja ja So hab Splitterganaten Wo ist der Jockey? Weg ist er Ne das war kein Jockey Nee Na egal Lass mal hier weiter gehen Der ist hier noch irgendwo Wo ist das? Da ist er doch Na wer kriegt den? Weiß ich nicht Rochelle Nein Oh zweite Pistole nehmen Wo? Drinne Wow Ein Puma der gegen die Wand gerannt ist Oder ein Charger eher gesagt Nein Boah ruh Stell machen Alter Ja toll was soll ich denn machen Alter die kann doch nicht mehr die Tür öffnen Boah irgendwie bewegt sich meine Maus ganz schön schnell Warte mal Ja hab ich grad auch schon gemerkt Oh jetzt schon wieder ne Ladung Warum versteht sich das denn immer Maus Empfindlichkeit Dabei ist das gar nicht so hoch Hm Komisch War es einfach nur ungewohnt Stimmt Ja weil wir so viel spielen Hier ist aber später Granaten Was war denn bei euch Ich hab wieder dieses Engel muss hier mal öffnen Ich mach komm Hehehe Der ist durch Fenster geklettert Durch Fenster eben geklettert Oder mach du eben Ja danke Jetzt hat er zu Mucka mich Na 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 Boah Booma dich angekotzt Jetzt kommen die alle zu mir Ja weil ich voller Boomer Kotze war Wie kipp bist du ekelhaft Ich hoffe wir sollten uns aber nicht so lange hier aufhalten Glaub ich auch Haben wir sonst nie gemacht naja Ja obwohl doch ab und zu haben wir uns ein bisschen länger aufgehalten Ja Haben wir ja Pistolen die halten ja unendlich Ja Ich hab hier lang Ja Ja Oh hast du das gehört Ja Da drüben Splitter Achja Und abkneiden alle Da hat Rocher wieder nen Boom abgeknallt Oh guck mal das Auto da hinten Das hat Licht an Ja da kam jemand raus Oh Ein Tank Wir müssen aufpassen Wo Hier vorne Ja renn mir auch noch im Weg Dön Autsch Alter Ein Zombie eben Was Knallt den Fett Arsch ab Wer Oh ich hab schon wieder zu wenig Oh hier sind schon wieder Splittergranaten Was ist denn heute los hier Keine Ahnung Oh ein Defi Mein Defi Fief Vibrator Ja den nehm ich schon Weil dann halt ich mich mal eben Ein kleiner Vibrator Oh Junge ey Immer diese Nachtsendung Immer diese Nachtsendung hier ne Da kannst du wieder sowas erlauben hier Kommt doch erst auf 21 Uhr Ja Also was willst du Bananaphon Komm Ja jetzt kommt die schon wieder Kühlschränke kann man nicht Ja Jockey Übernimmt den mal eben Ich geh mal hinten Ne hinten ist nix Meiner Bin schon wieder vorne Ja toll Ja toll Ich wird hier mal angeschossen Von den blöden Ja deswegen ja Haben wir uns ja Ja jetzt kommen die alle da von hinten Wow Kommt ihr denn her Sag doch die kommen alle von da hinten Ich sag's doch Ring 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 Oh ne Bratpfanne Hätte ja schon was ne Was? Oh woher kommt die Musik jetzt? Da vorne Aus der Jukebox Die hab ich angemacht Ja Danke Rochelle Die schießt mich ja dauernd an Hups Autsch Danke Boah Rochelle ey ohne Witz Und du warst vor mir eben Was passiert? Weiß ich nicht Ja die klaut mir wie die ganzen Kills hier Ja Tabletten Ja Tabletten Ja Tabletten Auto anzuschießen Ach da einfach Aber ist nix passiert Ne hat nur Licht Ich guck halt die ganzen Hier ist Boomer Kotze Ja Und Adrenalin Sammle auch alles ein Hehehe Hier ist also Mollo Ja nicht Ich würde Boomer Kotze Dann kannst du ja alle hinlocken Ja ne So Boah Siehst du das da vorne alles? Was denn? Ich hab da schon kein Bock Erstmal nachladen Hey Ich hab vielleicht keine Muni mehr Boah Boah bist du hässlich Ach guck mal Ja die nehm ich erstmal Ich hab auch grad gewechselt Ist der hässlich da oben Oh ne Hier ist ne Waffe Ach ne Was sollten wir jetzt machen? Na die Fähre rufen Mach ich ne Was? Machen sie sich kampfbereit Ja Weil ich die Fähre gerufen hab Warte ich Weil das ja so ein Leer macht Weißt du ja Ich hab ne Überraschung Oh Der Splitter ist tot Da kommt ein Jockey noch Naja lass mir kommen Boah Boah Pass auf links Ah Cha Cha Jau Da ich doch Cha Cha Bitteschön Nein Ich komm hier nicht Was? Ist nicht euer Ernst oder? Wir sind nicht alle tot oder? Ja Was war das denn? Boah Wir sind alle tot Ich bin hier nur runtergefallen Irgend Oh War ein bisschen laut Das ging ja schnell Fuck Und jetzt werden wir wieder vorne Oh geil ey War ja herrlich Die Szene Das war ja super Aber ist klar Wage Mode Hm? Jetzt Meine Frisse Ich glaube Ich nehme mal die Uzi Nananananan Boah Was war das denn ey? Keine Ahnung Mit einmal Ja Ich sag noch Da kommt ein Charger Und mit einmal Zack Hat er dich voll erwischt Ich sag das dir auch noch Ja ich hab auch dann nicht gewusst Woher der Karuna Hat er mich schon gehabt? Ja ja Alles ist sicher Die Tabletten sind meine So Sollen wir direkt weiter gehen? Ja Wofür das hier zu lange dauert Ah hier vorne Ach Scheiße Ja hier vorne sind Splittergranaten Boomer Kotze Da die würde ich haben Ja die Splittergranaten würde ich mal nehmen Hast du? So Hau ab Ihr müsst sicher Ja jetzt Hallo hier hinten Kann nicht Zombies Ja toll Kann nicht Zombies Ah Boah Ja Alter Weißt du Hast du Rochelle Oder Nick? Nein die machen dann in diesem Moment nix Lade nach Die Ja Der den Server hostet Den kommen die mir hinterher Das ist Das ist Letzt mal waren sie auch bei mir immer Waaah Ach geh weg Smoker ey lass mich einfach mal in Ruhe Wo war denn die zweite Waffe hier Hier war doch irgendwo eine zweite Waffe oder bin ich jetzt irgendwie Weißer nicht Ja Ja brüchte ich eigentlich auch Die stand doch hier Ja Deswegen lasse ich die jetzt auch immer irgendwie versuchen fortzulaufen Ja Hast du ja grad gesehen wo Schell hat schon Ja Ja Guck jetzt sind wir zum Oh warte mal hinten Chris Ja 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 Wieso nicht Irgendwann muss es ja tun Findest du Hier gibt es glaube ich eine zweite Waffe Ja 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 Das ist schon mal wichtiger Oh Ja Rochelle ey Lass weiter Ein Hunter Ich hab schon gesehen Aber der schwind gerade da vorne Ja Ja Wo ist der Tank Ja auch noch Rochelle Ja Ja das ist Ich schiefe dann seit auf den Okay Ich beleg nicht Ja Ja